Ja, hi, ich bin der Felix Ritzinger aus Wien, 23 Jahre alt und starte jetzt zum ersten Mal auf der Straße bei einer Weltmeisterschaft und freue mich natürlich sehr drauf. Eigentlich war ich ein bisschen hyperaktiv als Kind und dann wurde ich zum Radfahren gezwungen, um mich ein bisschen zu ermüden, anfangs am Mountainbike und mittlerweile mit dem Straßenrad. Also am Papier ist sicherlich der Europameistertitel in der 17 am Mountainbike. Mich persönlich hat heuer die Staatsmeisterschaft des Twitter zum ersten Mal in der Liete auf der Straße am Podium zu stehen schon sehr gefreut und das fühlt mich sicher als, würde ich momentan wahrscheinlich als für mich persönlich größten Erfolg entschätzen. Waren schon ein paar tolle Erlebnisse dabei, meine erste war in Südafrika, auch mit ein bisschen Up and Downs und dann schlussendlich Elfter, glaube ich, nach einem schweren Sturz in Kimberley. Also waren schon ganz coole Erinnerungen da dabei. Ja, ist ein schöner Kurs, kommt mir, glaube ich, mit meinen Qualitäten recht gut entgegen, aber wird sicherlich, werden sehr harte 40 Minuten, weil am Schluss schon noch einmal eine kleine Hürde wartet. Und ich freue mich, glaube ich.